Na, sind die Mädchen am Titel des Weltmeisters. Ja, sogar war gestreckt gewünscht. Holger ist 17, kommt aus Moskau, war zwei in der letzten Weltmeisterschaft im Meerkampf. Sie wirkt oft ein bisschen glatt, auch im Vortrag. Nun ja, man kann nicht das sein nach Hause. Doppelsalte. Exakt und sicher, das ist die Recherche, Holger Monskipanola. Das ist die Wertung 9,925.